Wir sind die Campus-Spezialisten. Hallo! Hey! Guck mal, was wir für euch haben. Boah, die sieht ja richtig gut aus! Cool! Aber davon möchte ich unbedingt mehr zu kommen. Ja, und jeder hat sein Stück Fachwissen dazu beigetragen. Ich bin Annika, 20 Jahre alt und studiere Geodäsie und Messtechnik. Zu meinen Aufgaben gehört neben der Industrievermessung auch die Einmessung von Agrarflächen. Ich bin Clemens, 21 und studiere Agrarwirtschaft. Wir optimieren nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen die Rohstoffproduktion. Ich bin Chrissi, 23 Jahre alt und studiere Lebensmitteltechnologie. Wir entwickeln und forschen deutschlandweit zum Beispiel an Produkten für die Lebensmittelindustrie. Ich bin Lea, 20 Jahre alt, studiere Bio-Produktechnologie und stelle zum Beispiel Verpackungen aus biogenen Rohstoffen her. Mein Name ist Lisa. Ich bin 22 Jahre alt und studiere Early Education, Bildung und Erziehung im Kindesalter. 13, 14, 15, 16. Super! Auf die Kindheitspädagogen können die Kinder zählen, die ihnen bei der Entdeckung ihrer Welt zur Seite stehen. Denn auf den Anfang kommt es an. Und das gilt auch für die Wahl deines Studiums. Sicher dir ein Stück vom Kuchen. нев Kindheitspädagogen werden kann ihnen sein werden. Und dann ist sie mal die Bitte, wenn du willst, denفس die dreams zu ändern in開始 überncesso viel Abend. Und dann bitte auch für Blindspit shoulder.